Hallo liebe Videofreunde, in diesem Video werden Schweizer Rösti zu Rührei, genieße ich noch etwas die Mosel, zeige euch den Stellplatz Bad Kloster Lausnitz und gebe ein Fazit über unseren Schweizurlaub. Konecэnt Konecab so hallo liebe video freunde wir wollen heute mal original rösti ausprobieren normal ist natürlich besser wenn man selber macht aber das ist im wohnmobil doch ein bisschen oder im kastenwagen ein bisschen viel arbeit deswegen habe ich gedacht ich habe das hier gesehen in einem geschäft dachte ich das kauf ich mal probiere ich aus wie ich das allerdings hinkriege mit einer pfanne und dazu noch speckbraten und eier das will sie noch nicht so richtig ich hoffe dass es so geht wie ich mir das vorstellen liebe video freunde das war nichts michael sagt als dem ich schön viel fett in die fahne damit sie schön knusprig werden steht extra drauf bitte kein öl verwenden nur eine beschichtete fange fliegt jetzt fort gibt jetzt plan b lieber wurscht das gute alte rührei wird's so michael hat sich dann rührei gewünscht also machen wir jetzt rührei wie der herr befiehlt so gehorcht die dame so michael schmeckt schon sagt dass ich gut gekocht habe sofort stundenlange in der kirche gestanden wunderbar und exzellent na klar siehst du was du für gutes fräuchen also diese röst die sind ein traum diese oder was ist das also schmeckt trotzdem also schmeckt trotzdem hallo liebe video freunde ja also das waren noch mal herrliche tage an der mosel gewesen noch mal voll glück gehabt mit dem wetter und ja der platz an der mosel kostet zehn euro pro tag und man wirft dann halt in diese stromsäulen geld ein weiß gar nicht ob ich im video erwähnt hatte ein euro für zwei kilowattstunden und das war super also der stellplatz in enkirch den kann man wirklich sehr empfehlen es ist schade dass so leider gar kein stellplatz an der mosel im winter auf hat muss ich sagen aber tja ist halt leider so sie sagen das rentiert sich halt nicht kommt keiner mehr dann haben auch die ganzen straußen wirtschaften zu und so und auch die ganzen gaststätten und dann lohnt sich das nicht naja also es war sehr sehr schön hat mir gut gefallen ja von dort aus ging es noch mal kurz nach hessen und dann ging es gleich weiter und da war habe ich auch einen zwischenstopp gemacht und zwar das war in der nähe vom hermsdorfer kreuz für video freunde ich bin im kloster nein im bad kloster nausitz so heißt es am hermsdorfer kreuz in der nähe und habe da gestern einen zwischenstopp eingelegt und es ist nicht der idyllische stellplatz aber der ist trotzdem sehr empfehlenswert und warum das will ich euch jetzt erzählen ja ihr seht schon im hintergrund hier ist feinstes industriegebiet also nicht unbedingt wirklich so wild romantisch aber jetzt drehen wir die ganze sache mal um jetzt kommt gleich ein wohnmobil aber das ist der platz von vorne hier ist eine mini golf anlage und hier ist ein restaurant dazu da ist eine wohnung bahn vier stück drin ja und da gibt es sehr leckeres essen ich war gestern abend dort die betreiber sind äußerst freundlich also sehr sehr lieb und das essen ist auch sehr gut und dann gibt es noch wie gesagt diese vier bowling bahn da schon zu meinem mann gesagt also wenn wir mal das nächste mal hier auf dem weg sind machen wir mal einen zwischenstopp da gehen wir mal holen da hätte ich mal voll lust dazu und die stellplätze sind auch sehr ordentlich angelegt es hat mich gerade ein netter herr gefragt ob man hier fähr und entsorgung hat aber das kann ich ihm leider nicht beantworten also ich hätte gekonnt mir hätten sie irgendwie einen schlüssel gegeben gestern die waren ja äußerst freundlich dort gewesen aber ob man jetzt einfach herkommen kann zum entsorgen das weiß ich nicht naja müssen sie fragen gehen ja also die anlage ist ja schön es gibt hier mini golf und die anlage hier also die stellplätze sind auch wirklich wirklich sehr ordentlich es ist recht ruhig nachts fahren ab und an ein paar autos hier durch die gegen was ist halt wirklich industriegebiete sind auch sehr viele speditionen und dann gibt es auch noch einen wanderweg also was hessen wanderweg also wenn man hund hat kann man ja auch sehr gut hinten am wald laufen gehen da geht man so ein kleines waldstückchen durch und dann kommt man ja zu so einer rea klinik anlage und da gibt es einen schönen waldweg wo man laufen kann also auch dafür ist gesorgt also der platz sehr zu empfehlen also wir werden hier sicherlich noch mal herkommen ja also ihr habt super schön angelegte plätze hier sind ebenmäßig ihr braucht keine keile nix geschottert terrassenförmig vier plätze vier stromanschlüsse sind hier man zahlt 1 euro für eine kilowattstunde und ja ist für alles gesorgt also wir war also ich war sehr zufrieden ja für mich geht es jetzt weiter und zwar fahre ich jetzt nach heinichen ich wollte eigentlich heute schon nach dresden fahren weil ich habe morgen einen tierarzt termin für unseren hund der hat ein augenlidtumor und den hat er schon länger aber jetzt langsam wird er ein bisschen größer und da gibt es einen spezialisten eine klinik die sich auf cryo chirurgie spezialisiert haben das ist kältetechnik und da wird mit kälte werden dort die tumoren verschiedener arten behandelt und speziell in der augenlidtumor geschichte haben die sich darauf spezialisiert und deswegen will ich da mal hinfahren wenn man unseren hund vorstellen und will mal schauen ob das möglich ist mit dieser technik bei ihm zu arbeiten das geht nur wenn die noch klein sind irgendwie und ja da will ich auf jeden fall mal hin und will mich da mal beraten lassen und da wollte ich eigentlich heute schon nach dresden fahren jetzt habe ich aber gelesen also dass der stellplatz wo ich hin wollte der hat sehr schlechte kritiken bekommen und deswegen werde ich da jetzt nicht und fahren sondern wir nach heinichen fahren das ist eine stunde von hier entfernt das soll jetzt auch ein stellplatz geben mit strom und dann geht es von dort aus morgen nach dresden das sind dann noch mal so 50 kilometer oder 60 keine ahnung oder 70 nicht viel und so werde ich das jetzt mal also werde ich jetzt mal starten mein stromkabel einrollen ordentlich und dann geht es weiter und jetzt stehe ich hier das ist eine stunde von gestern entfernt von diesem stellplatz am hermsdorfer kreuz gibt es bei park for night ist das ausgewiesen als ich hier ankam habe ich gedacht ich bin verkehrt weil es ja kein kein schild groß gab hier das und wie was mit wohnmobile ist dann habe ich aber gesehen dass die steckdosen hier am zaun haben für wohnmobile und dann habe ich gedacht okay dann gehst du mal fragen und ja siehe da dann hat sich das doch herausgestellt dass man hier stehen kann und das sogar sehr gut man zahlt zehn euro pro nacht fünf euro für die übernachtung fünf euro für strom man hat kostenloses wlan sehr nett die menschen hier auch die hier arbeiten in der tagespflege und das ist eigentlich auch ein recht guter platz wo man mal wirklich so ein zwischenstopp machen kann oder so wie heute wenn so ein tag ist wo alles komplett verregnet ist da kann man sich auch hier hinstellen man hat alles man hat strom man ist versorgt also wunderbar ferr und entsorgung gibt es hier nicht aber es kam gestern abend ein mann vorbei der hat gefragt ob alles in ordnung ist ob wir irgendwas brauchen und ich glaube gegen aufpreis kann man hier auch wasser bekommen ja also so wie ich das verstanden habe ich hoffe ich sage das jetzt richtig aber ich glaube das war so ja und jetzt noch ein paar worte zu unserem urlaub in der schweiz also die schweiz ist ein wirklich traumhaftes land und ich liebe dieses land immer mehr weil es einfach wie ich schon im video auch hin und wieder erwähnt hatte oder in den videos ein sehr facettenreiches land ist und ja man dort auch unheimlich gute möglichkeiten hat auch mal frei zu stehen und die natur zu genießen solange es noch geht irgendwann werden diese plätze wahrscheinlich auch nicht mehr ganz frei sein davon gehen die schweizer einfach aus dass man das nicht mehr allzu lange vielleicht dulden wird das wäre sehr schade weil das macht die schweiz hat eigentlich auch aus ne und aber gut das muss man dann sehen auf jeden fall jetzt so wie es war ein war es ein traumhafter urlaub wieder genau wie im sommer auch und ja wir hatten halt totales glück mit dem wetter gehabt also wirklich dieses jahr hatten wir sehr sehr großes glück gehabt und dann macht das natürlich noch viel mehr spaß und ist natürlich wunderschön wenn man dann diesen herbst mit diesen irre tollen farben so erleben kann also es war wirklich teilweise so dass man hätte überall stehen bleiben können man konnte sich gar nicht satt sehen von diesen von dieser unsagbaren schönen natur und das hat unheimlich gut getan ja also sehr sehr tolles land leider kann ich da nicht alleine fahren sonst würde ich das glaube ich hin und wieder mal machen so ein abstecher aber ich kann einfach diese pässe nicht fahren das geht nicht also ich sterbte tausend tode teilweise würde ich nur mit grenzsteinen und dann geht es rechts oder links seit wirklich steil runter und michael macht das echt super aber ich kann das leider nicht und deswegen fällt das für mich alleine halt eben auch aus ne da kommt mir meine höhenangst eben einfach ja nicht entgehen sondern macht mir einen totalen strich durch die rechnung ich staune sowieso dass ich so teilweise so viele sachen filmen konnte wo ich mich zusammengerissen habe aber das ist für mich wirklich eine überwindung ja ist halt leider so ich darf dann so ans meer fahren das kann ich mal diese pässe dort die paar straßen die kann ich nicht fahren also auch zu diesem osinau gletscher heißt es glaube ich wenn ich verkehrt sage dann blende ich unten richtig ein die straße da hoch ist eigentlich nicht nur dass einer fahren kann aber da fahren halt müssen zwei durch es gibt dann so ganz leichte ausbuchtungen und da kommt auch teilweise ein riesen bus entgegen die fahren da oben lang und dann musst du rückwärts runter wenn es nicht anders geht anders geht es halt einfach nicht oder ich habe letztens beim kai das video gesehen mit dem lago die narret dass ich also solche straßen sind unvorstellbar für mich also nicht mal wenn michael fahren würde ich würde da nicht mitfahren das könnte ich nicht das geht nicht also es ist schon eine herausforderung die pässe zu fahren also für die die höhenangst haben sagen wir mal so aber ein traumhaftes land also jederzeit immer wieder und wir werden es glaube ich auch immer wieder bereisen weil es einfach wunderschön ist das land so jetzt geht es die letzte station ich fahre jetzt los zum tierarzt nach dresden sondern wenn wir mal sehen was der sagt bin ich mal gespannt ich hoffe dass es möglich ist für ihn für den kleinen racker hier dass man ihnen damit noch mal helfen können ciao ja 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 ja